Das Video geht an die Berliner Polizei. Zangar Ahmad ist mein Name auf meinem Instagram, steht auch mein Name drauf. Aktueller Ort, wo ich lebe, ist Istanbul. Ja, und Habib sagt ja, send me location. Wenn ihr wollt, schicke ich euch auch gerne meinen Standort. Damit haben wir kein Problem. Die ganze Welt weiß, wo wir leben. An zweiter Stelle, wir haben vor kurzem mitbekommen, dass ihr Stress habt mit einem riesigen Mafiabus in Berlin, den ihr nicht beseitigen könnt. Und ich übernehme gerne mit meinen Jungs die Beseitigung dieses Mannes. Dafür soll mein Bruder, der Yunus, wieder seine Sperre bekommen und er soll wieder den Umgangsrecht zu seinem Kind gewährt werden. Ja, und darauf gebe ich mein Wort, dass wir diesen Mann 100% beseitigen. Wir verlieren unseren Kopf, aber nicht unser Wort. So, wenn ihr wirklich damit einverstanden seid, dann kontaktiert meinen Bruder Jihad Yunus oder mich und wir können über das Weitere besprechen. Ihr arbeitet ja sehr viel mit V-Männer. Schaut mal, die Eier richtigen Männern, die Wollt haben. Und nicht jeder ist ein Mann, der da unten einen Benjamin Blümchen trägt. Damit das klar ist, okay? Wir beseitigen diesen Mann, den ihr nicht beseitigen könnt. Und dieses Angebot geht persönlich von mir an die Berliner Polizei und ich werde euch auch nachher auf Instagram markieren. Ja, meine Brüder? Alles klar. So. So.